Hallo zusammen, hier ist der Giacomo von 77 Designs und ich wollte euch mal wieder die neuesten Insights von unserem Projekt beigeben. Wir nähern uns hoffentlich dem Serienstart und ja, was gibt es da zu erzählen? Wir haben ja euch letztes Mal mit dem Labor gehabt, da gab es eben diesen Schwachpunkt, den haben wir da aufgetan. Und dann gab es noch die Patentschwierigkeiten mit der Position der Umlenkrolle, das haben wir schon ja leicht erwähnt. Und jetzt wollte ich euch mal die Updates an der quasi dritten Version des Rahmens erzählen. So, was haben wir alles geändert jetzt bei der V3? In erster Linie ging es ja um das Jog, das Jog haltbar zu kriegen, das war der Hauptschwachpunkt des Rahmens. Was haben wir da alles gemacht? Wir haben gearbeitet an Rohmaterialorientierung, da das Rohmaterial nicht isotop ist, gerade gewalzte Platte ist nicht isotop. Dann haben wir die Kompletten, die Schenkel komplett weiter nach hinten gezogen, um den Stressbereich weiter rauszukriegen. Wir haben die Wandstärke erhöht und wir haben das Teil im Endeffekt komplett ein bisschen anders aufgebaut, dass es einfach eben schöner, gleichmäßiger flext. Insofern sind wir da jetzt sehr optimistisch, dass wir mit einem guten Gefühl in den Test starten können. Was haben wir noch verändert? So ein paar Kleinigkeiten, die lagen uns noch, hatten wir noch auf der What-Do-Liste. Zwar gab es Leute, die wollten gerne Stahlflexleitungen für die Bremse hinten fahren können. Dafür haben wir die Durchgänge noch ein bisschen erhöht, gehen jetzt hier auch mit der Bremsleitung genau durch die Achse, um Bewegungen zu minimieren. Dann haben wir hinten noch ein bisschen das Teil hier ein bisschen flacher gemacht, um Platz für die Hacke zu schaffen. Da hatten wir immer ein bisschen Abrieb beobachtet, gerade bei größeren Fahrern. Dann haben wir jetzt eben die Umlenkrolle, haben wir halt genau auf die Achse gesetzt. Damit sind wir den Patentschwierigkeiten aus dem Weg gegangen und konnten eben nochmal den Anti-Squad nochmal deutlich erhöhen, ohne wirklich zu viel Pedalrückschlag in Kauf zu nehmen. Und das Ding geht Bombe. Also klettert noch besser und im Downhill genauso gut wie eh und je. Also eigentlich alles sehr genial. Was wir ein bisschen unterschlagen hatten, war, dass wir auf dem Prüfstand noch einen kleinen Riss im Oberrohr festgestellt haben. Deshalb kommt jetzt hier noch ein kleines Gasset rein, ist relativ dezent gehalten. Wir hoffen, dass das reicht. Das ist ein bisschen Trial and Error jetzt an der Stelle, weil Rohre mit einer größeren Wandstärke hätte einfach ewig gedauert. Und es wäre kein Garant gewesen dafür, dass es hält. Außerdem haben wir uns ja entschlossen, für die größeren Leute noch höhere Steuerrohre anzubieten, 125 mm. Und da brauchen wir auch wiederum so ein Gasset, weil wir sonst nicht genug Steifigkeit kriegen, weil wir eben Ober- und Unterrohr zueinander ein bisschen aufmachen müssen. Und ja, jetzt sind wir eigentlich auf dem Sprung zum Labor. Nächste Video ist dann im Labor. Da wird es dann spannend. Wir sind ziemlich aufgeregt, weil wir eigentlich mit Knallgas jetzt zum Serienstart wollen. Und ihr wollt sicherlich noch wissen, wie es dann abläuft. Denke ich mal, klar, das fragen sich viele. Mit einigen Leuten sind wir direkt in Kontakt, die wissen es schon. Aber ich würde es gerne nochmal kurz hier anreißen, anskizzieren. Es wird eine Art Crowdfunding geben, weil wir das aus eigenen Mitteln schwerlich finanzieren können. Wir sind ein kleiner Komponentenhersteller. Also brauchen wir euch. Wir brauchen euer Commitment. Und belohnen das natürlich auch mit einem schönen Discount direkt am Anfang. Und wollen möglichst viele Bestellungen, möglichst initial einsammeln, um das Ding auf den Weg zu bringen. Und dann halt auch rechtzeitig liefern können. Alle Lieferanten sind inline, alle sind gebrieft, alle wissen, alle haben ihre Angebote gemacht, alle wissen, worum es geht. Und wir sind so gut wie fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist eben der externe Sägen vom Labor. Und das Ding geht ans Start. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss.